Also Markus, ich finde, wenn du jetzt noch ein bisschen Literatur studierst, dann kriegst du es mit den Texten langsam hin. Ich finde, wenn du jetzt noch ein bisschen Literatur studierst, dann kriegst du es mit den Texten langsam hin. Ich finde, wenn du jetzt noch ein bisschen Literatur studierst, dann kriegst du es mit den Texten langsam hin. Ich finde, wenn du jetzt noch ein bisschen Literatur studierst, dann kriegst du es mit den Texten langsam hin. Ich finde, wenn du jetzt noch ein bisschen Literatur studierst, dann kriegst du es mit den Texten langsam hin. Was ist denn da? Das schaut richtig scheiße aus. Markus, bitte jetzt mal ein bisschen Konzentration. Das war ja furchtbar. Das war jetzt zum Kotzen.